Das sind eigentlich meine fünf coolsten Drachen hier, der Regenschneider, der Knochenräuber, der Gruff, der Dargus Grill und naja, dann habe ich hier eigentlich nochmal ein paar andere. Der Krallenkrabbeler ist auch saujut. Also es sind auf jeden Fall schon ein paar coole Drachen am Start, die ich hier habe zur Zeit. Außerdem hat es 253 Runen auf Kante und mein Ohnezahn ist auf Level 54. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal ein paar Informationen von meinem Spiel Dragons Aufstieg von Berg liefern und ihr seid begeistert, hoffe ich natürlich auch, vom Video und so, wie ich es halt mache und, und, und. Könnt ihr auch mal in meine Kommentare schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es dann wieder heißt, es geht weiter mit Dragons Aufstieg von Berg. Ein positiver Daumen wäre wieder mal ein Traum von euch. Außerdem wäre es echt cool, wenn er es nicht verpeilt, das Video wird von euch geteilt. Könnt ihr einfach mal machen. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Gut, wir sind durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.